Hallihallo Hallöle hier ist wieder der Johnny Do und willkommen bei einem neuen Let's Testen bei Shivalry Medieval Warfare So wir machen natürlich erst ein Training Ich hoffe das geht so mit meiner Auflösung so einigermaßen Ist das ein kleiner Extremismap Da jetzt Wir trainieren erstmal auf der Trainingsmap würde ich sagen So hier kriegen wir also einige Informationen Okay das kann ich mir alles gar nicht merken Es lackt sehr Achte darauf genau Das ist ein bisschen Englisch Deutsch Nichts anderes überall im Lager Mein Gott so schnell kann doch keiner lesen In Form der Splitterfraktion Leck mich So was kann man denn jetzt hier machen Stopp daydreaming Recruit You listening boy Blocking incoming attacks Is the most important thing You'll learn today Prove to me You were paying attention Good Now show me You can block a real attack Get ready Oh Out Try again Watch for my pullback Then block as I strike Get ready Out Ha Notice your stamina bar Drains after a successful block If you run out of stamina You won't be able to block Or attack Now move your feet Recruit To always effectively block Make sure you are looking right at the tip of your enemy's weapon Keep it in the center of your view as you block Now block my attack three times Keep the tip of your weapon in the center of your view Block one more Good Now show me your destructive power Shatter those pots Notice your stamina drain if you miss too often Great job Now try to hit me Watch your timing Hit me when I'm open Strike right before or after my sweep Good Hit me two more times Give me one more good one Excellent Now stand down Criminate Take a look at those logs You have three basic attacks Slash Overhead Stab Show me Slash Overhead Does more damage Was? Aus? Wie? Was? Was? Mach ich doch Hör auf So Stab Has the most reach Good work Those logs put up quite a fight Now hit me again with one of each attack Nice stab Nice overhead Excellent Now stand down You're nuts Ugly crockery in my arena Kick it over Oh man Oh man Nice guard break Ten more times Great One more time Excellent There are other ways to get around a shield See if you can get in here with a sneaky stab Get around my side Oh Hoppla Hit my side with an overhead Was soll ich treffe An der Seite über dem Kopf Achso Umrunden Ja Ich bin ja treten Aber der will nicht Doch Also Oh 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 Das war einfach. Das war einfach Das sind die Basis, Recruite. Du brauchst mehr Training bevor du wirklich findest du Glorie auf der battlefield. Aber du wirst du gut wie ein Meatschild für die größten Jungs. Report für duty, Cadett. Malwurich! Oh mein Juni! Hey, du da! General Malwurich sagt mir, dass du seine Offen geöffnet hast, um die Ordnung zu sein. Ich will Ritter werden! Oh oh! Wrong choice! Ich spiel dein Belly open für deinen Respekt. No. Oh. Oh oh, hallo. 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 Good job! Well, look what stumbled into my arena. You ready to handle comboing, Recruit? Watch. See how I swing my blade back and forth? You try. I'm going to move my blade back. I'm going to move my blade back. I'm going to move my blade back. Hit me with a combo. Twice more. Once more. Good. But not good enough. To be truly effective, you need to fake out your enemy by missing with the first swing of your combo. Then follow up and make contact with the backswing. Hit me with a combo backswing. Now hit me with two more backswing. One more backswing. Good job. You see what? Over all you need to beat your first attack. You need to decide when to combo. Very carefully. One last trick. Because you'll need every shift trick you can learn. You can trick your enemy into blocking early. By starting an attack. Then canceling it mid swing. Like this. If your enemy falls for this trick. And blocks early. He'll be left wide open for an attack. Start an attack. Then feint before it's complete. Try a feint now. Crescu. Good. Notice feinting also drains stamina. Now try to hit me after you've tricked me with a feint. Okay. Mehr Schwung. Ah, yeah. Okay. No. Not only... Not only. Just give it a 500. No. Think he's locked. No. No. Die nach und nach hoch. Äh! Ich bin noch nicht weg. Das ist mein Setzer. Schmerzen Sie den Reimer, von Kopfschmerzen. Ich schaffe den Reimer! Ja, 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 ja. Oh, auf die Füße! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Schau ich will ihm nochmal eine geben Alter Alter, sag mal Mit der andere denn Co Alter Oh Mensch, da gibt es nur einen im Hintern Bei den einen bin ich zweimal hier gestorben Er hat mir einfach den Kopf geschlagen, oder So So, total jugendfrei, das Spiel. So. Ja, bin ich. Oh, oh. Oh, das ist natürlich echt. Oh, Alter. Was hat man das denn schaffen hier? Die. 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 No. Auf in die Schlag. Ach so, Schiff zu spielen. Ja, ich spreche. Ab nach Hause. Wo? Los. Ah. Auf geht's. Übers Meer. Hinaus. Zu neuen Schlachten. Tadam, 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 Tadam. Hm. Na ja, na ja, na ja. Sehr, sehr, sehr lustiges Spiel. Ob es so mein Fall ist, kann ich jetzt gerade mal nicht beurteilen. Ich für mein. Ich für mein. Für mich ist es glaube ich nichts. Ist nicht so ganz. Meine Welt, ähm. Die Art von Spiel. Hat sein. Hallo, da war mir eine Wasserflasche. Hat, äh. Sein. Ja. Sein. 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 Glamour und Glanz. Und, ähm. Hat viel. Aber ist eben. Überhaupt nicht mein Ding. Ich hoffe es ist. Hat euch aber gefallen. Und, ähm. Ja. Seid auch wieder. Nächstes Mal dabei. Hier kann man auch, äh. Und. Duelle frei für alle. Bis zum letzten Mann. Etc. Blablabla. Wie gesagt. Seid nächstes Mal auch wieder dabei. Wenn es heißt. Let's play. Oder let's test. Mit Johnny. Und, äh. Ja. Gehabt euch wohl.